Mich hat Corona in Italien gewischt, wo ich mein Praktikum gemacht habe und eigentlich habe ich geplant, dann in Deutschland weiterzuarbeiten. Ja, da wurde das Hostel zugemacht und deswegen brauchte ich das Geld für die Kaution und auch den Semesterbeitrag zu bezahlen. Also von der Förderung habe ich vom Akademischen Auslandsamt gehört und habe mich dann sofort beworben. Ich habe auch diese E-Mails an meine Freunde geschickt, die auch in der Not waren und das ging relativ schnell, also ich glaube zwei Wochen insgesamt. Also meiner Meinung nach, im Vergleich zu den deutschen Studenten, haben wir nicht sowas wie BAföG oder auch unsere Eltern sind nicht da und wir sind auf uns selber zugewiesen und auch wie ich, also meine Freunde haben Jobs verloren und deswegen war das eine gute Überbrückungshilfe für uns.